Hallo ihr Lieben, heute, wie ihr vielleicht erkennen könnt, machen wir wieder ein Bartdick-Hoodie. Ich bin aktuell seit diesem Jahr irgendwie so ein bisschen oder seit diesem Winter so ein bisschen auf dem Bartdick beziehungsweise aber hauptsächlich auf dem Hoodie-Trip und habe mir neue Flaschen geholt, die ich bei Teddy geholt habe. Dann hatte ich ja noch die Farben, hatte ich noch. Ich finde die von Simply Cool sehr angenehm, auch von der Handhabung her und auch von meiner Haushaltsgummis hatte ich noch. Das Einzige, was ich mir geholt hatte, war jetzt der Hoodie. Ich hatte so ein bisschen, ich wollte so ein bisschen Freestyle-mäßig das Ganze machen und habe dadurch so ein bisschen geschaut, was brauche ich jetzt, wie mache ich es jetzt am besten und hatte also kein wirkliches System. Also das Einzige, was halt klar war, irgendwie das Ganze so weit zusammen zu knödeln, damit das ganz gut funktioniert. Ich kann schon vorwegnehmen, ich habe jetzt diesen Hoodie gemacht, ich habe aber noch einen Hoodie gemacht. Ich teile das also in zwei Videos auf. Es sind auch zwei komplett unterschiedliche Farbfamilien, die da jetzt entstanden sind. Ich kann es auch schon vorwegnehmen, dass das so ein bisschen dieser Hoodie jetzt so ein bisschen wird, wie ich schon mal einen gemacht habe. Aber ich liebe einen. Also ich liebe diesen einfach sehr. Ich habe den auch ganz oft an und dadurch, genau. Also als Anfang habe ich eben hier jetzt, wie gesagt, die Ärmel so eingerollt, habe dort dann die Gummis rumgemacht, damit dort halt dieses Muster dann auch entstehen kann. Dann habe ich geschaut, dass einfach überall an diesem Hoodie irgendwie so eine kleine Zipfel entstehen und habe dort dann eben diese so reingeknüpft. Immer schön darauf achten, dass die Gummis sehr fest sitzen. Ansonsten wird es relativ schwierig. Und da müsst ihr dann so ein bisschen schauen, wo wollt ihr die Muster hinhaben. Es gibt ja unterschiedliche Techniken auch. Bestimmte feine Techniken, muss ich mal sagen, glaube ich, machen sich ein bisschen besser, wenn es nicht so dicke Stoffe sind. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich mache vielleicht so eine Schnecke wieder. Aber das ging irgendwie mit dem dicken Hoodie. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das funktioniert nicht. Beziehungsweise da waren einfach meine Gummis nicht groß genug, wie ich es gerne wollte. Und dementsprechend habe ich mich dann eben wirklich für diesen Freestyle entschieden. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie unterschiedlich das Ganze wird. Wie es trotzdem irgendwo sowas echt Tolles irgendwie rauskommt. Aber ich glaube, wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich gerade mit so Techniken, die so unvorhersehbar sind, einfach total viel Freude habe. Also ich kann es als Beispiel, kann ich euch sagen, das Acrylic Poring, die Epoxy Tarts Geschichten, die sind einfach so schön, wenn die, man macht was und man weiß nie, was dann rauskommt. Und das finde ich so unglaublich schön. Auch das Raisin. Ich habe noch das Aquacast von Eta Art bei mir. Das werde ich, glaube ich, die nächsten Male vielleicht nochmal ausprobieren. Ich weiß noch nicht genau, was ich euch dann zeige. Aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gemacht. Also dementsprechend werde ich es wahrscheinlich dann irgendwann jetzt mal in Angriff nehmen. Ich habe auch noch das Rapido bei mir liegen. Wem das was sagt. Das ist auch von Eta Art. Das ist ein ganz schnell härtendes Epoxy Tarts. Ich glaube, das ist tatsache auch ein Epoxy Tarts. Und da bin ich richtig gespannt. Ich habe schon eine Idee, wie ich es machen möchte. Und ich hoffe, ich kriege das dann auch so umgesetzt, weil man da unglaublich schnell sein muss. Aber ich bin sehr gespannt drauf. Während ich jetzt hier noch die ganzen Sachen zusammenknüppel, wollte ich nochmal so ein bisschen erzählen. Mein Kanal, der existiert ja seit 2017, beziehungsweise 2017, habe ich das erste Video hochgeladen. Ich habe viel angefangen mit Videos hochladen, weil ich immer bei Bands irgendwie war, diese dann gefilmt habe. Also ich selbst bin dort nicht drauf. Habe irgendwann auch mal selber gesungen und habe die Videos dann hochgeladen. Es sind noch vereinzelte online. Ein paar habe ich auch wieder runtergenommen, weil es für mich dann nicht mehr passte. Dann habe ich mit Basteln angefangen, einfach weil Corona damals kam. Und dann konnte ich ja nicht zur Musik gehen und habe dementsprechend dann entschieden, ich bastle und freue mich, wenn ich euch so ein paar Sachen zeige, beziehungsweise euch mitnehme, wenn ich die Sachen ausprobiere. Da sind schon etliche Sachen schiefgegangen. Es gibt auch Sachen, die mir nicht gefallen. Ich habe auch noch ein Video da. Ich würde es euch gerne zeigen. Ich weiß aber, ich mag das Ergebnis nicht. Und deswegen muss ich nochmal schauen, wie ich es jetzt am besten mache, wie ich es euch zeige oder ob ich es einfach nochmal parallel nochmal probiere und gucke, dass ich euch einmal den Fehl zeige und einmal den hoffentlich dann besseren Versuch. Ich glaube, so werde ich es wahrscheinlich machen, weil eigentlich mag ich die Technik. Ich habe sie von einer anderen YouTuberin gesehen, von Kalli Kessie. Und ich fand ihr Ergebnis eigentlich sehr, sehr, sehr schön und war so ein bisschen traurig, dass meins nicht so schön geworden ist. Aber ich bin halt auch grobmotorisch veranlagt und ich glaube, daran lag es so ein bisschen. Ja, hier bin ich jetzt durch mit dem Knubbeln und dann geht es ans Mischen der Farben. Ich habe mich jetzt hier hauptsächlich für gelb und so eine blau-grün-Petrolfarbe entschieden. Und ich habe mich rückwirkend ein bisschen geärgert, dass ich das Rot nicht genommen habe, weil ich hatte jetzt auch ein Rot. Aber gut, das Rot nehme ich übrigens beim nächsten Hoodie. Und ich mag das Ergebnis tatsächlich sehr, sehr, sehr. Ich habe übrigens, falls ihr euch noch daran erinnertet, ich hatte jetzt die Strippe aus dem Hoodie rausgenommen, weil ich das Ergebnis schöner finde, wenn die Strippe nicht gefärbt ist. Dadurch kommt der Kontrast von der Strippe ein bisschen besser hoch raus. Also es wirkt für mich einfach stimmiger, als wenn es jetzt mitgefärbt wird. Ist aber Geschmackssache, kann also jeder für sich entscheiden, wie er das gerne hätte. Beim Mischen müsst ihr darauf achten, einmal da ist dieses Fixiersalz mit bei und dann eben die Farbe. Ich habe es diesmal so ein Stück weit nach Freischnauze gemacht. Zu Anfang habe ich immer noch abgemessen, aber eigentlich ein wirkliches Gefühl hat man, glaube ich, nie für diese Farben. Und dann kommt sehr, sehr, sehr warmes Wasser rein. Ich würde immer Handschuhe tragen, weil diese Farbe, die ist so hartnäckig. Ich glaube, da braucht man sehr lange, bis man dann seine Hände wieder sauber kriegt. Also dementsprechend schaut da ganz gut. Wie gesagt, ich nehme Handschuhe, müsst da für euch entscheiden, ob ihr das macht. Wie gesagt, das Fixiersalz und die Farbe kommt immer in eine Flasche. Ich habe jetzt vier Farben diesmal genommen und das sind, wie gesagt, die blau-grünen Töne, also so Richtung Petrol-Mint. Und dann die Gelbtöne. Und genau, und die habe ich dann erstmal gemischt mit dem heißen Wasser. Ja, während ich jetzt noch mische, ich habe es nicht wirklich rausgeschnitten. Ich habe es minimal schneller gemacht, nur damit euch nicht wundert, damit das nicht ganz zu lang wird, das Video. Wie gesagt, ich mag es selber immer nicht, wenn es extrem lange dauert, mag aber auch nicht so viel rausschneiden, weil ich eher der Typ Mensch bin, der eben euch auch zeigen möchte, was mache ich wirklich und schneid dann eben nichts raus, was vielleicht trotzdem noch relevant gewesen wäre oder da fehlen vielleicht Details, was ich sonst machen würde. Ihr habt die Möglichkeit ja über YouTube entweder das Ganze langsamer fahren zu lassen oder schneller. Und dann spreche ich zwar auch schneller, aber genau. Genau, also dementsprechend so als Tipp. Ich mache es manchmal auch bei YouTube-Videos, dass ich halt einfach schneller spiele die Videos, weil es mir zu lange dauert. Und genau. Ja, während ich jetzt also, wie gesagt, noch weitermische, genau, wieder zu meinem Kanal. Ich habe, wie gesagt, dann das Basteln angefangen und habe für mich dann so ein bisschen meine Routine reingebracht, dass ich immer sonntags in der Regel hochlade, nämlich um 12 Uhr, da kommt das Bastelvideo. Und um 16 Uhr auf den Sonntag kommt immer das Musikvideo hochgeladen. Ich lasse in der Regel nur das Musikvideo weg, wenn irgendwie noch ein größeres Video kommt. Das passiert nämlich in der Regel dann, wenn ich abends weg gewesen bin und dann das Video von dem Abend oder von vor zwei Tagen oder so dann gerade noch bearbeitet und hochlade. Ich lade immer relativ große Videos hoch aufgrund dessen, weil ich schon das Ganze hochwertig hochladen möchte. Das ist aber ein persönliches Ding. Meinerseits muss man nicht. Ich glaube, viele sehen den Unterschied dann auch nicht. Und deswegen ist das auch vollkommen okay. Und so ist der aktuelle Stand. Ich lade auch aktuell immer wieder mal Short-Videos hoch, da wo ich euch aus meinem Alltag was zeige, was mir in dem Moment gerade wichtig war. Jetzt zuletzt war ich spazieren gewesen, habe dort die Natur einfach für mich entdeckt gehabt oder meine Meerschweinchen zeige ich euch und freue mich dann einfach, wenn ich es euch zeigen darf. Und deswegen kamen jetzt einige Abonnenten dazu, die mal eher meine Short-Videos schauen oder halt eben dann meine Bastel- oder Musikvideos. Ich freue mich immer total. Vielen lieben Dank. Wir sind über 500 Abonnenten. Und über jeden Einzelnen freue ich mich von Herzen. und freue mich tatsache auch sogar, dass ich, ich hatte mir ja für das 2023 als Ziel gesetzt, 500 Abonnenten zu schaffen und die hatte ich tatsache so schnell, damit habe ich nicht gerechnet. Und wie gesagt, von Herzen vielen, vielen Dank. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist. Ja, hier habe ich jetzt fertig gemischt und jetzt mache ich die ganzen Sachen rein. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, ich müsste mir dann doch wieder meine Mülltüte zur Verstärkung holen und habe dann die Mülltüten geholt und habe da den Hoodie reingepackt, damit mir das Ganze eben nicht alles schmaddelig macht. Ist aber auch, also so ein Stück weit, also ich will ja nicht, dass der Teppich, der da liegt, dann eben in den vielen bunten Farben ist, weil mir da irgendwie was runtergeplumpst ist an Farbe. Deswegen, ich habe jetzt meine Mülltüte geholt. Ich hoffe, ihr seht trotzdem alles, was ich jetzt mache. Und dann lasst euch da so ein bisschen inspirieren. Mir hat gerade das Wort gefehlt. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Farbschwäche für Petrol, beziehungsweise auch das Mint. Und das ist für mich so ein, keine Ahnung, also mein Kleiderschrank kennt nicht so viele, aber in diesem Kleiderschrank sind unheimlich viele Rollkragenpullover, die in Petrol sind. Also dementsprechend ist das einfach meine Farbe. Also die kenne ich, die mag ich seit vielen Jahren und habe nur wenige Ausnahmen, wo ich halt auch andere Farben habe. Ich habe andere Farben, aber eben nicht ganz so viele. Bevor ich, bevor wir hier fertig sind mit dem Verteilen der Farbe, beim, ich habe es diesmal drei, vier Stunden einwirken lassen. Und ich muss sagen, dass ich es glaube, noch viel länger hätte einwirken lassen müssen. Es ist relativ schwach geworden, aber also der andere jetzt, den, also den nächsten, wo ich euch das zeige, da habe ich es ein bisschen länger einwirken lassen, der ist wesentlich intensiver geworden. Und dadurch solltet ihr vielleicht daran denken, dass ihr das, vielleicht würde das auch Sinn machen, das Ganze über Nacht einwirken zu lassen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen. Aber wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Und weil eigentlich an der Farbe selbst, wie viel ich reingemacht habe, dürfte es nicht liegen. Es kann also nur an der Einwirkzeit liegen. Und da vielleicht für euch so ein bisschen schauen. Und unbedingt auch daran denken, dass ihr genug Farbe raufmacht. Also auch von der Flüssigkeit her. Weil das natürlich ja auch in die unteren Schichten rein muss. Also zum Beispiel bei den Ärmeln, die ich ja so eingerollt habe, dass dort halt auch in das Innere was reinkommt. Und also dadurch schaut da gerne mal, dass ihr da so ein bisschen mal schaut, dass das auch wirklich gut getränkt ist. Es sei denn, ihr wollt nur vereinzelte Flecken haben. Was dann auch vollkommen okay ist. Und genau, dann wie gesagt, habe ich es einwirken gelassen. Ich habe es dann einfach in der Wanne liegen gelassen. Und habe dann, als ich dachte, jetzt spüle ich es aus und habe ich es dann wirklich einfach ausgespült. Erst ausspülen übrigens in der Wanne am besten mit genügend Wasser, wenn es dann heller wird. Wer Haare gefärbt hat, glaube ich, der weiß ungefähr, was ich meine. Dann könnt ihr die Gummis wieder rausnehmen und dann habe ich es auch nochmal gewaschen. Aber auch nur kurz, weil der Hoodie war ja jetzt nicht schmutzig. Aber ich wollte wenigstens, dass wirklich alles raus ist. Ich sage mal, ich selber schleudere halt auch nicht so gut wie meine Waschmaschine. Und dementsprechend war mir das halt wichtig, dass ich das Ganze dann dementsprechend auch machen kann. Und genau. Ihr seht übrigens schon, der Lappen, der da unten liegt, der ist nicht sauber geworden. Also solltet ihr an irgendwelchen Sachen hängen, nehmt irgendwas, was für euch nicht so eine Wichtigkeit hat. Und genau. Dementsprechend. Jetzt zeige ich euch gleich das Ergebnis. Und ich hoffe, euch gefällt's. So, hier seht ihr. Ich finde das Ergebnis wunderschön. Vielleicht noch als Hintergrund. Das habe ich jetzt aber nicht gefilmt, beziehungsweise ich habe jetzt auch kein Foto von. Ich habe auf den Hoodie dann noch ein Bügelbild drauf gemacht, was ich selber ausgedruckt habe. Und dementsprechend ist da dann noch ein Bild drauf gekommen. Genau. Ansonsten, wie gesagt, ich finde das Ergebnis sehr schön. Es hat viele Flecken. Also diese Strukturen vom Batik und ja. Ich hoffe, euch gefällt da wie mir und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen wunderschönen Sonntag. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und schreibt mir gerne einen Kommentar, ein Abo, einen Daumen nach oben. Ich freue mich immer sehr und bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.